Im Oktober 2016 sind wir nach Dubai geflogen, um das Videotraining Cityscape Masterclass aufzunehmen. Hier ist das Behind the Scenes. Wir haben verschlafen, denn wir wollten um neun in den Pool gehen. Dann hat Stefan einen Wecker gestellt auf neun Uhr. Leider nicht die Zeit in Dubai, sondern die in Deutschland. Also sind wir um elf aufgestanden. Und jetzt laufen wir zum Helikopter. Nein, wir laufen zum Auto. Vorher holen wir uns noch ein Käffchen und dann, ja, alle sind schon mega heiß auf den Heliflug. Es wird mega. Hoffentlich dürfen wir, oder darf ich vor allem, am Fenster sitzen. Wir sind auf dem Weg zum Heliflug. Leider sind wir wieder ein bisschen zu spät. Wie immer. Also wir wollten eigentlich zehn vor zwölf losfahren. Effektiv sind wir um kurz vor halb eins losgekommen. Jetzt müssen wir uns echt beeilen, damit wir, eigentlich sollen wir genau in einer Minute da sein. Wir fahren aber bestimmt noch zehn Minuten. Ja, wir sind hier gerade bei der Einführung gewesen. Und ich muss sagen, so ein Kindergartenverhalten habe ich schon lange nicht mehr erlebt, wer vorne sitzt. Aber wir haben uns endlich entschieden, dass 20 Minuten ausdiskutieren. Jetzt haben wir, Stefan wird vorne sitzen. Der Boss in the house. Und U-Kass und ich werden links und rechts hinten sitzen. So, wir fliegen gleich los, aber erst ist noch eine andere Gruppe dran. So, wir haben es immer wiedermelde. Leute, wir sind fertig mit dem Heli fliegen. Ja, es war so mittelmäßig irgendwie, weil wir extrem schlechte Sicht hatten. Das war mega diesig. Und dementsprechend war es sehr, sehr schwer, da irgendwelche Shots hinzubekommen. Außerdem mussten wir halt noch durch die Scheiben durchfotografieren. Das hat auch noch mega reflektiert. Also ob da jetzt irgendwas mit dabei ist, müssen wir mal abwarten. Müssen wir uns mal auf dem Computer dann anschauen. Also war jetzt auf jeden Fall nicht so zufriedenstellend. Und wie sieht man das hier, das war unsere Sicht auf den Hinflug. Hinten ist die Skyline, ganz weit hinten. Und es war auch mega diesig. Ja, also müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas rausbekommen. Vielleicht, wenn jeder einen Shot hat, glaube ich, sind wir schon alle zufrieden. So Leute, wir sind jetzt im Karjantower. Wir werden gleich nach oben fahren. Wir warten gerade auf die Security. Und dann werden wir eine der spektakulärsten Ausblicke in ganz Dubai genießen dürfen. Zum Sonnenuntergang natürlich. Nee, also ich habe auch mega Bock drauf. Ich war ja schon mal oben. Allerdings ist es schon zweieinhalb Jahre her. Und dementsprechend habe ich Bock, das mal wieder zu sehen, wie sich es verändert hat. Vor allem, wenn wir da oben eine 360 Grad Sicht haben. Wir können also komplett einmal drum herumlaufen. Das ist richtig cool. Morgen noch ein bisschen was geben. Henry freut sich auf das Videotraining, denke ich mal. Du bist jetzt live im Vlog. Oh, wir machen jetzt auch noch Vlog nebenbei. Ja, sehr geil. Warte. Das ist jetzt... Den drehen wir mal um. Ihr seid jetzt... Wir machen hier gerade Livestream, Leute. Und nebenbei noch den Vlog. Ihr seid live im Vlog. Also wer hier zuschaut und was geschrieben hat, nenn mal einen Namen. Der wird im Vlog erscheinen. Detmar wird im Vlog erscheinen. René, Thorsten, Ronny, Henry, Marcel, Susanne, Jens, Florian. Ich müsste jetzt lügen, aber es sind, ich würde schätzen, 400 Meter sind es... 77 Stockwerke sind das, ne? Ja, genau. 70? 76. Wir sind im 76. Stock. Also das könnte mit den 400 Metern... Naja, nee, dann sind es nicht 400 Meter, oder? Ich weiß es nicht genau. Es ist hoch. Guten Morgen, Leute. Es ist der letzte Tag. Wir haben unsere Wohnung bereits freigeräumt. Wir waren jetzt gerade nochmal auf der Palm-Insel und haben da das letzte Tutorial gedreht. Das heißt, wir sind fertig. Vorsicht. Vorsicht. So, und jetzt gehen wir nämlich noch in die Dubai Mall und werden ein bisschen shoppen. Wir sind gerade in der Dubai Mall und im größten... Also ich habe sowas noch nicht gesehen. Es ist wie eine Art Spielhalle für Kinder. Mega krass. Aber auch für Erwachsene. So krass hier. Ich meine, ihr kennt ja den Film Toy Story, wo... Da sind die auch an so einem Ort, wo diese Green Mars-Männchen dann rausgeholt werden. So ist das ungefähr. Guckt euch das mal an, Alter. Vor allem wir fahren hier... Wir fahren hier jetzt noch weiter nach oben. Hier gibt es rutschende Achterbahn. Alles in der Mall drin. Also nicht irgendwie außerhalb, sondern in der Mall drin. Mega heftig. Jetzt geht es hier oben weiter. Da ist echt eine Achterbahn da oben. Und da ist eine verdammte Achterbahn. Scheiße. Ich fahre sowas ja überhaupt nicht, weil ich sowas gar nicht vertrage. Und da ich gerade einen Burger gegessen habe, will ich keinem antun. Jetzt hier gleich mal das erste Interview. Wie geht es euch? Fand ich jetzt nicht ganz so krass. Also ein, zweimal hätte ich viel schneller sein können. Viel, 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 viel schneller. Und es waren knappe vier Minuten. Ich weiß nicht, aber es hätte ein Dollar sein können. Sonnenuntergang. Letzter Tag. Letzte paar Stunden. Okay, Jungs und Mädels. Letzter Tag, letzte Stunden, das stimmt. Aber trotzdem noch mal ein Highlight zum Abschluss. Schaut euch mal diese Aussicht an, die wir gerade noch mal haben. Aber wir wollten eigentlich schon seit zwei Stunden hier weg. Aber Stefan, der will immer noch Fotos machen. Der kommt gar nicht klar. Will immer Fotos machen. Jetzt auch in den Urlaub fahren können, dafür. Alleine für das Foto, ja, das ist nicht mal das Main-Foto, aber alleine für das Foto hat es es gelungen, hier rauf zu ziehen. So, jetzt habe ich hier ein Panorama gemacht. Ich komme mal hier runter. Hier Panorama. Ist ein bisschen hell. Super. Ja, mega geil. Dann habe ich... Uh, das ist hell. Guck mal hier. Das ist, finde ich, sehr geil, diese Kurve da vor den Häusern. Sehr schöne Komposition. Dann habe ich hier nochmal so den Turm. Dann, das ist hier der quasi Main-Shot. Leute, das war es mit der Dubai-Reise. Das war unser letzter Spot. Ein richtig würdiger Abschluss, wie ich finde. Und ich wollte mich an der Stelle bedanken, dass ihr so fleißig zugeschaut habt. Und ich würde sagen, haut da rein. Guten Flug. Musik